Mein Vater hat uns einfach sitzen lassen. Ich war nur sechs Monate älter, als du es jetzt bist. Ich erinnere mich nicht an ihn. Du wirst dich an mich erinnern. Jackie Robinson. Ein schwarzer Mann im weißen Baseball. Ich werde immer bei dir sein. Du bist in meinem Herzen. Denken Sie nur daran, wie man ihn beschimpfen wird. Ihre Feinde werden zahlreich sein. Aber sie dürfen sich nie auf ihr Niveau herablassen. Was machen Sie, wenn einer der Pitche sie abwerfen will? Mich ducken. Merk nicht meine Worte und dieses Datum. Die Neger werden den weißen Mann aus dem Baseball verdrängen. Das ist nicht das Amerika, das ich kenne. Verstanden? Wenn die dich kennen würden, würden sie sich schälen. Wenn Robinson uns helfen kann zu gewinnen, dann wird er schon sehr bald in genau dieser Mannschaft wählen. Du gehörst mich hierher. Das wirst du auch nie. Runter vom Spielfeld. Die Brooklyn Dodgers werden unsere Lebensweise nicht ändern. Die machen mich fertig. Sie sind hier nicht der Einzige, für den etwas auf dem Spielen steht. Halt weg! Sie wollen einen Spieler, der nicht die Courage hat, sich zu wehren? Nein. Ich will einen Spieler, der die Courage hat, sich gerade nicht zu wehren. Geben Sie mir ein Trikot. Geben Sie mir eine Nummer auf meinem Rücken. Ich gebe ihm die Courage. Ich bin nur ein Baseballspieler. Sie sind ein Held. Warum schaust du nicht mal in den Spiegel? Das ist ein Spiel für Weiche. Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bleibe hier. Vielleicht tragen wir morgen alle die 42.